Der 911er ist der Kern unserer Marke und den hat sich letztendlich unser ganzes Portfolio aufgebaut und so ist auch der 911er ein Auto, das es seit 60 Jahren in beinahe unveränderter Form gibt, die Ikone unserer Marke geworden und somit auch der Kern unserer Marke. Bei einem Porsche hast du wirklich das Gefühl, wenn du dort einsteigst, hast du deinen Handschuh angezogen. Ein Design, das sich über die Jahre nicht verändert, weil es so legendär ist, deshalb kann man nur sagen Chapeau, welche Idee er damals hatte und ihn gratulieren zu dem Einfall und uns zu diesem tollen Auto. Wenn ich an 911 denke, erinnere ich mich noch, wie wir Kinder waren. Unser Vater ist im strömenden Regen irgendeine Bergstraße gefahren und das Einzige, was immer gesagt hat, ist, Bad ist halt gut, Bad ist liegt gut, Bad ist funktioniert gut. Wir hören nicht auf zu spielen, weil wir alt werden, wir werden alt, weil wir aufhören zu spielen. So gesehen werden wir nie alt, weil wir hier die Möglichkeit haben, letztendlich zu spielen. Also ein Jungbrunnen für uns alle. Dieses Auto ist gebaut zum Fahren und nicht zum Anschauen. Die Mischung aus einem attraktiven Design und einem extrem guten sportlichen, technischen Auto ist, glaube ich, das ganze Geheimnis der Marke Porsche. Das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis der Marke. Das ist, glaube ich. Das ist, glaube ich. Untertitelung des ZDF, 2020